Wow, auf der Vorderhutze. Ja, du fährst ja schon richtig bei ihm. Du weisst, wohin durch. Und die Kurve halten. Du weisst, ob wir durchgehen. Ja, ich sehe nicht. Achtung, da vorne. Oh, der Dracchi geht auf... Achtung! Der Dracchi neben uns. Nein, der ist weit hinten. Ich habe gesehen, dass er gewachsen hat. Ja, ich habe auch gesehen. Der Dracchi geht auf Dallas. Er hat damals ganz schmurig gesehen. Ich habe auch gesehen. Ich habe auch gesehen. Wow, schau, das ist der Eckpfeil der Interstate auf Texas. Ist das am Hecht? Ja, links Dallas, rechts Antonio. Du kannst es sehen.